Hallo, ich bin Martina und in diesem Video geht es um die beiden Männer, denen wir unsere beliebtesten Märchen zu verdanken haben, nämlich die Gebrüder Grimm. Wir sehen uns zunächst an, wann und wo sie geboren wurden und dann natürlich die Märchen und wie es dazu kam. Aber die Gebrüder Grimm beschäftigten sich mit viel mehr als mit Märchen. Und deshalb lernst du zum Schluss noch etwas über ihre Tätigkeit als Sprachwissenschaftler. Vorkenntnisse brauchst du für dieses Video keine. Du musst nicht einmal wissen, was ein Sprachwissenschaftler ist. Denn das lernst du in diesem Video. Und ich wünsche dir viel Spaß damit. Der ältere der beiden Brüder Grimm, Jakob Grimm, wurde am 4. Januar 1785 in Hanau geboren und sein jüngerer Bruder Wilhelm kam am 24. Februar 1786, ebenfalls in Hanau zur Welt. Bekannt sind uns die Gebrüder Grimm vor allem in ihrer Funktion als Märchensammler. Denn früher, als es noch keinen Fernseher, keinen Computer und keine Bücher gab, versammelten sich alle Familienmitglieder abends und erzählten sich zur Unterhaltung gegenseitig Geschichten. Es waren häufig Geschichten, die sie schon von ihren Vorfahren gehört hatten. Und so wurden diese von Generation zu Generation weitergegeben. Die Gebrüder Grimm kannten natürlich auch diese sogenannten Volksmärchen und begannen ab 1806 sie aufzuschreiben. Sie haben sicherlich das eine oder andere Detail ergänzt oder verändert. Aber die Gebrüder Grimm waren nicht die Autoren der Märchen. Also sie haben sich die Märchen nicht ausgedacht, sondern nur aufgeschrieben, was sich schon seit vielen Generationen abends am Feuer erzählt wurde. Du kennst bestimmt auch einige Märchen der Gebrüder Grimm. Zum Beispiel das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Oder vom Schneewittchen und den sieben Zwergen. Oder von Frau Holle. Diese und viele andere Märchen sammelten die Gebrüder Grimm und veröffentlichten sie 1815 in zwei Bänden unter dem Titel Kinder- und Hausmärchen. Sie waren aber nicht nur Sammler von Märchen und Sagen, sondern arbeiteten auch als Sprachwissenschaftler. Das heißt, sie beschäftigten sich mit dem Wesen der deutschen Sprache. Zum Beispiel überlegten sie, wie sich die Laute in unserer Sprache im Laufe der Zeit verändert haben. Oder wie Wörter gebildet wurden. Die Gebrüder Grimm verfassten deshalb zwischen 1819 und 1837 eine vierbändige deutsche Grammatik, die vor allem die Veränderung in der Sprache beschreiben sollte. Es interessierte die beiden aber auch, woher die Wörter stammten und wie sie gebraucht wurden. Denn damals gab es ja noch keine einheitliche Standardsprache, die in den Schulen unterrichtet wurde. Und deshalb begannen sie 1838 mit dem Verfassen eines Wörterbuchs, dessen erster Band 1854 erschien. Wilhelm Grimm starb allerdings 1859 in Berlin und sein Bruder Jakob vier Jahre später, 1863, ebenfalls in Berlin. Sie erlebten also nur die Veröffentlichung eines kleinen Teil ihres Wörterbuchs. Die Arbeit wurde aber von vielen anderen Sprachwissenschaftlern weitergeführt und 1961, 123 Jahre nach dem Beginn der Arbeit, erschien schließlich der letzte Band des Wörterbuchs. Das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm ist das größte Wörterbuch zur deutschen Sprache seit dem 16. Jahrhundert. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass zwei Männer, die so sehr um den Erhalt der deutschen Volksmärchen und der deutschen Sprache bemüht waren, auch im Nachhinein gewürdigt wurden. Neben diversen Stiftungen und Preisen, die nach ihnen benannt wurden, gab es vor allem Briefmarken, auf denen entweder die Gebrüder Grimm selber oder Märchenmotive abgebildet waren. Besonders erwähnenswert ist natürlich, dass sie auf dem 1000-D-Mark-Schein abgebildet waren. Und außerdem gibt es noch diverse Institutionen, wie zum Beispiel Bibliotheken, die nach ihnen benannt wurden. So, und schon sind wir fast am Ende des Videos angekommen. Aber ich fasse erst die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen, damit du sie dir besser merken kannst. Die Gebrüder Grimm, das sind Jakob Grimm, geboren am 4. Januar 1785 in Hanau und am 20. September 1863 in Berlin gestorben und sein Bruder Wilhelm Grimm am 24. Februar 1786 ebenfalls in Hanau geboren und am 16. Dezember 1859 in Berlin gestorben. Sie waren Sammler, aber nicht Autoren der berühmten deutschen Volksmärchen, die sie 1815 als Kinder- und Hausmärchen veröffentlichten. Darüber hinaus arbeiten sie als Sprachwissenschaftler und verfassten eine vierbändige Grammatik und das größte und umfassendste deutsche Wörterbuch seit dem 16. Jahrhundert. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Martina 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 Untertitelung des ZDF, 2020